Im Rahmen einer Pressekonferenz im Medienzentrum Steiermark präsentierte Landesbranddirektor Albert Kern und die Spitze der steieramärkischen Landesregierung mit Landeshauptmann Franz Wohwes und Landeshauptmann-Stellvertreter Hermann Schützenhöfer die Einsatzbilanz der Landesfeuerwehren 2011. Der Landesfeuerwehrverband zieht Bilanz über das abgelaufene Jahr 2011. Welche Zahlen, Datenfakten gibt es da von Ihnen? Ja, kurz zusammengefasst, wir hatten 45.000 Einsätze in Summe. Das gliedert sich in Brandeinsätze und technische Einsätze. Davon sind 33.000 rund technische Einsätze. Das heißt, alles was nicht mit Brand in Zusammenhang zu bringen ist, fällt darunter. Dabei wurden 470.000 Einzelstunden aufgewandt und mit diesen sonstigen Tätigkeiten, wo also Ausbildung, Einsatzvorbereitung, Verwaltung, Veranstaltungen gemacht werden, kommen wir auf eine Summe von rund 5,4 Millionen Stunden im Jahre 2011. Als zuständiger Referent in der Landesregierung ist die Feuerwehr Ihnen ein großes Anliegen. Sind Sie zufrieden mit den Leistungen der Feuerwehren im Jahr 2011? Ich bin nicht nur zufrieden, ich bin sehr zufrieden und wir dürfen alle Steirerinnen und Steirern sehr glücklich sein, dass es so viele Menschen in der Steiermark gibt, wie zum Beispiel unsere 50.000 Kameradinnen und Kameraden bei den Freiwilligen Feuerwehren, die das Gemeinsame vor das Individuelle in ihrem Leben gestellt haben und bereit sind sogar, ihr Menschenleben, ihr eigenes aufs Spiel zu setzen, um anderen zu helfen. Und wenn man dann weiß, dass die Feuerwehren mit ihren vielen Einsätzen in 2011 wieder an die 700 Millionen Euro Volksvermögen gerettet haben, 1250 Menschenleben, 2500 Tierleben, dann kann man auch ermessen, was es bedeuten würde, diese freiwilligen Einsatzkräfte nicht zu haben. In Ihrer Tätigkeit erleben Sie ja viel Gemeindeleben, viel Volkskultur. Wie wichtig ist dieser integrative Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehren in den Gemeinden? Ganz, ganz wichtig, denn wenn es in einer Gemeinde nichts mehr gibt, der Musikkapel oder der Feuerwehr gibt es meistens noch und da wird Gemeinschaft gebildet. Ich habe ja auch bei dieser Pressekonferenz gesagt, dass 94 Millionen der 502 Millionen Einwohner Europas der Union, das sind fast 20 Prozent, freiwillig tätig sind im Bereich Volkskultur, Sport, Einsatzorganisationen, Religionsgemeinschaften, Soziales. Bei uns sind es aber fast 44 Prozent, nämlich 3,7 Millionen oder mehr als 8 Millionen Einwohner in Österreich. Das zeigt, dass wir hier einen Stellenwert haben wie kaum wo in Europa und damit werden ja Millionen von freiwilligen Einsatzstunden geleistet, die ja hunderttausende Vollzeitarbeitsplätze bilden würden. Nur werden sie nicht bezahlt, sondern sind freiwillig und dieses Amt tragen wir auf Händen sozusagen und wollen wir auch stärken und nicht schwächen. Mal Ngertur Mal Ngertur Mal Naguar Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020